Diese hier zum Kauf angebotene Zwei-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Maintal. Das Objekt wurde 1968 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Die Wohnung verfügt über einen Balkon. Die Wohnfläche der Etagenwohnung liegt bei ca. 55 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Immobilie beläuft sich auf 121.000 Euro. KP International steht Ihnen bei Fragen zur Verfügung. Die Rundfunkiere der Muslimkommissionen. Die Rundfunkiere der Muslimkommissionen. Die Muslimkommissionen. Zum